Urlaub ist wieder möglich. Dieses Jahr wird er aber etwas anders ablaufen als gewohnt. Um ihn dennoch genießen zu können, sollten Sie einige Regeln beachten. Informieren Sie sich vor der Reise, welche Regelungen am Urlaubsort gelten. Auch ob es eine Quarantäne nach der Einreise gibt. Und ob bestimmte Angebote im Hotel wegfallen. Packen Sie für unterwegs Desinfektionsmittel oder Tücher ein. Achten Sie dabei auf die Bezeichnung begrenzt Virozid. Denken Sie aber auch an die Beschränkungen für Flüssigkeiten im Flugzeug. Außerdem sollten Sie genügend saubere, trockene Mund-Nasen-Bedeckungen zum Wechseln dabei haben. Bewahren Sie diese am besten bis zur Benutzung in einem sauberen Beutel auf. Wenn es keine Möglichkeit gibt, sie nach dem Gebrauch bei mindestens 60 Grad zu waschen, auf Einmalprodukte zurückgreifen. Im Flugzeug ist Abstand halten schwierig. Mund-Nasen-Schutz ist häufig Pflicht während der gesamten Flugdauer. Welche Züge besonders leer sind, erfahren Sie auf der Website und App der Bahn. Mund-Nasen-Bedeckung brauchen Sie hier allerdings auch. Um Distanz zu anderen Menschen zu wahren, reisen viele dieses Jahr daher mit dem Auto oder dem Fahrrad. Letzteres hält sogar noch fit. Wollen Sie im Urlaub Sport treiben, machen Sie das an der frischen Luft. In geschlossenen Räumen am besten nur einzeln oder moderat. Achten Sie sowohl drinnen als auch draußen auf ausreichend Abstand. Und auch am Strand gilt, Abstand halten. Informieren Sie sich außerdem, welche Strände weniger stark besucht sind und was genau an den Stränden in Ihrem Urlaubsort erlaubt ist. Sollte in Ihrem Hotel ein Buffet angeboten werden, waschen Sie vorher die Hände oder desinfizieren Sie diese. Halten Sie Abstand zu den anderen Gästen und verwenden Sie immer Besteck, auch bei Fingerfood. Wenn Sie eine Bar besuchen möchten, bevorzugen Sie eine im Freien oder zumindest mit gut durchlüftetem Innenraum. Genießen Sie Ihre Drinks maßvoll, um einen klaren Kopf zu bewahren. So fällt Ihnen das Abstandhalten leichter und Sie vermeiden es, Ihr Glas mit einem anderen zu verwechseln. Möchten Sie Urlaub auf einem Campingplatz machen, reservieren Sie rechtzeitig. Manche Plätze haben Ihre Kapazitäten reduziert. Oder nehmen zum Beispiel keine Zelte mehr auf. Halten Sie sich an die geltenden Regeln wie Mund-Nasen-Bedeckung im Supermarkt, um keinen Platzverweis zu riskieren. Jedes Land, Bundesland und sogar jeder Campingplatz hat seine eigenen Bestimmungen. Lesen Sie diese aufmerksam und halten Sie sich an die geltenden Regeln, damit Sie Ihren Urlaub auch in diesem Jahr entspannt genießen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.